und damit herzlich willkommen zum vierten tag des weihnachtsspecials wieder heute mit mario kultur und ich bin jetzt schon am fehlen ich glaube ich muss echt nach unten gucken statt nach oben obwohl ja mit dem finger jetzt auch besser dann kann ich schon mal alles machen so jetzt haben wir sechs rennen mario kultur nebenbei werde ich mal ganz kurz mein pilz zücken und wir sind kurz vor weihnachten heute am 21 12 lange ist es nicht mehr bis nach weihnachten das heißt noch ja eigentlich noch vier tage wenn man so gut ist heute 21 dem es am 20 auf 21 ich gehe ja nach euch übrigens ich hasse immer das team rennen also wirklich ich weiß nicht warum da heute schon das team rennen ist aber es ist also gar nichts ändern so ich nehme einfach mal die kugel willi stoße da mit jemandem weg schnuffel ist auch weg ja es gibt schnuffel mark hat habe ich auch das letzte mitbekommen aber okay so ist es nun mal geht da wurde ich jetzt zum glück nicht erwischt aber ist mir egal gesagt und ja also noch ein paar mal es gibt ja jetzt noch insgesamt drei mario kart videos also vier insgesamt aber also heute am 21 und danach noch 3 22 mit mark 8 deluxe 23 mag und der 24 kommt er die xxl folge mark 8 deluxe so hat es zumindest unser voting ergeben auf discord so ich habe einen stern gehabt da hatten ja irgendwie viel gebracht deswegen gehe ich einfach mal weiter und versuche hier irgendwas noch zu reißen aber ich glaube das sieht schlecht aus fünfter als ob holy shit warte larry ist dritter obwohl der hinter mir ist bitte ja ich halte schon richtig okay das kommt mir weird vor warum ist der dritte obwohl der hinter mir war egal jeder fragt das nicht wir werden in die nächste runde gehen in die zweite runde des tages und ich hasse immer noch teams ich bin und hoffe dass teams wirklich irgendwann weggehe ich nehme mir todette dass ihr und den neuen kleider den ich jetzt freigeschalt habe durch die rangliste ich bin erst in der rangliste geworden im cup genau und dadurch habe ich jetzt diesen neuen gleiter freigeschalten schmettern links gleiter ich weiß auch nicht der kann auf jeden fall blitze beschwören das ding zu komisch aber ja es ist war er kann blitze beschwören ich bin gespannt wie das heute ausgeht so das sieht doch gut aus einmal wechseln bin ich gespannt wie das hier ausgeht das rennen auf rosalinas eisplan ich bin mir sicher die strecke werden wir auf jeden fall noch ein paar mal jetzt die tage sehen höchstwahrscheinlich bin ich echt mal spannend also ich glaube sogar für nice für die ranglisten dings habe ich den gleiter und mein mie charakter als renntier bekommen also renntier kostüm praktisch nur für den mie charakter und ja so sieht es aus oh leuch ich habe es nicht mehr nach oben geschafft das ist schlecht 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 wird eigentlich oben bleiben müssen aber gut würden gibt es mehr sprung für das wusste ich auch nicht so ich wollte ich wollte gerade noch den stern aktivieren es hat nicht funktioniert ich wollte ihn noch kurz davor aktivieren bevor ich in diesen scheiß pinguine was es war rein ramme aber es hat nicht funktioniert so ich werfe mal eine bombe aber ich denke mal die wird mich gleich selber treffen obwohl ne ich bin schon dran vorbei das ist gut da da ist eine explodiert sehr schön aktuell dritter mein team liegt vorne ist okay kann man machen ich habe larry getroffen aber es ist egal denn ich bin hier aktuell platz nummer eins und sagen mich hier keinen roter überholt ist alles super hier sind unsere pinguine die ich eigentlich auch noch treffen müsste weil ich eine aufgabe habe aber das soll uns heute mal scheißegal sein wir wollen einfach nur hier in ruhe das ding machen es kann sein dass ich tatsächlich einen pinguin getroffen habe ich weiß es gar nicht egal so wir nutzen noch den pilz und räumen jetzt gerade richtig ab und das hoffentlich jetzt auch auf dem ersten platz ja schön auch schnell bananen ausweichen aber der erste platz ist mir sicher da hilft dir auch dein bauterpanzer nichts mehr so sieht es aus sehr schön damit ist der erste platz wieder sicher und das sieht sehr gut aus so gucken wir mal nächste runde überall sagt wir fahren hier sechs rennen ich nehme jetzt mal komm wir nehmen gleich mal das rennt ja auch für wenn wir schon einmal freigeschaltet haben dann können wir es auch gleich nehmen ich nehme aber noch den kugel wieder zu aber ist ja sowieso nichts bringen wenn ich erst damit aber ist egal wir können es einfach mitnehmen wobei kugel wie wird man tatsächlich was bisschen was bringen aber die blitzen ja schwierig interessantes matchmaking sorgt 3 zu 2 guck mal wenn ihr seht ihr schon happy holidays steht auf den helmen von meinem das wünsche ich euch natürlich auch dass ihr schöne weihnachten habt happy holidays und da schau mal wie es weiter geht so einmal hier ich nehme mal meine Sachen hier mit vor meine turbo ringe nehme ich mal mit und da gehe ich in eine schöne kleine flugpassage und dann geht es weiter die rote ja ignoriert natürlich mein teammate ist logisch bin nur gespannt wie es hier zu ende geht das ganze ding einmal das ich muss aufpassen hinter mir ist irgendwie ein stern glaube ich natürlich der werft die grünen nach hinten trifft mich und ich trifft damit jemand anders oder was als ob dann habe ich aber auch die blaue verdient sollte es jetzt da gewesen sein ich weiß es schon wieder nicht ich werfe einfach mal die rote ich habe einen Larry getroffen so ich muss nur noch irgendwie schaffen jetzt hier todelle zu überholen wenn ich mich jetzt nicht ganz irren müsste man im dritten rennen glaube ich sogar sein oder das müsste das dritte rennen sein ich versuche auch jeden rennen einen anderen tag da mal zu nehmen von den die wir haben ist das jetzt dein scheiß ernst junge ja genau und dadurch bin ich fünfter herzlichen glückwunsch man wow das hätte ich jetzt nie gedacht dass er extra noch ausholt um mich mit der scheiß scheiß stern zu treffen um mich damit auf dem letzten zu platzieren herzlichen glückwunsch ok nicht weiter verzagen weitermachen im nächsten rennen und wir nehmen jetzt den funky der kann uns ziemlich stark glaube ich helfen doch ich denke der kann uns sehr stark helfen auf N64 Polarparcours mit seinen Bananen da bin ich sehr gespannt wie das jetzt ausgeht aber schauen wir mal so einmal noch umwechseln in die ähm ich wollte gerade sagen holy shit ich wollte gerade sagen warum bin ich jetzt so nahe gerade rangezoomt das sah nicht gesund aus aber ok so ich habe leider kein ziehwasser getrunken deswegen treffe ich auch hier nichts boah das war jetzt so knapp ne so ich nehme mir mal noch ein item mit oder zwei für den fall dass mich hier irgendwas überholt als ob ey ja und die rote geht vorbei natürlich geht die rote jetzt extra vorbei wahrscheinlich ich setze jetzt mein also der Kugelwee war ein Witz der Kugelwee war jetzt gerade ein schlechter Witz ok ok dann jo jo ist mir scheißegal ich gehe als erster im Ziel ist mir so egal ich bin als erster im Ziel das reicht mir im vierten Rennen so und dann machen wir weiter im vierten fünften Rennen mit Toadette die hat drei Pilze dabei komm was soll's und dann nehmen wir jetzt auch hier die Münzen mit auch wenn uns das nichts bringt mit den Münzen dann wird's egal nehmen wir einfach mit so wir sind auch jetzt bei der dicke Schikane Rx vom Baby Rosalina Cup und wir sind dann bei den 3 zu 3 wir gehen ins fünfte Rennen wo ich glaube dass wir zu dead schon mal hatten na egal jetzt ist es zu spät noch zu verändern das war halt nochmal mit Toadette vorn und dann gucke ich mal wem wir als letztes noch nehmen können bleib bitte bleibt hinter mir das wäre super nett ich hoffe ich habe euch in einen gleichen Stunt verhauen ja ich habe haha ich habe tatsächlich euch in meinen scheiß Stunt verhauen sehr schön ja und der mit seinen 3 Bomben mhm und gleich nochmal natürlich noch ein zweiter Bomber hinterher was zum Teufel geht mit dem ab der spawnt so ekelhaft vor mir Alter mach deine Hexe aus Alter mach die scheiß Hexe aus ey spawnt hier 30.000 mal vor mir das geht nicht hier gönn dir ich musste jetzt raus zwingend weil da die scheiß Bananen nach oben lag und ich fass es nicht ah ok ja wo ist Yoshi es ist nur Yoshi es ist gerade hinter mir es ist schon ok Yoshi kann man mal machen aber es läuft doch aktuell ich will es zumindest schon mal sagen ich weiß nur leider nicht wo Yoshi ist der scheint aber weit unten zu sein und der überholt mich mit einer scheiß Kugel wie den der Kanone na klar und somit nur dritter ach komm wem willst du hier eigentlich verarschen Alter das gibt es da wohl nicht das Ding ist trotzdem gewonnen na wo what ich bin trotzdem zweiter ok dann hat das irgendwie nicht gezählt für den weird abo ok ich nehme den Sieg mit mir ist mir scheißegal so letzte runde nehmen wir hier nochmal rosalina doppelte aktionspunkte und die blitze mit in Vancouver bildfahrt rx also letzte runde für heute dann war es doch schon wieder mit Mario Couture wie er sagt wir fahren ja nur 6 Rennen Mario Couture da wird Mario Couture 8 und Mario Couture Wii wieder etwas länger so einmal noch umdrehen dann haben wir alles oh da ist eine goldene Piranha seht ihr die? gold Mario hm ok oh Gott ich sehe schon wir sind zu 7 also haben wir leider ein weniger als das Gegnerteam das ist schon mal Blamage genug gefühlt dass einfach keiner unser Team möchte na gut schauen wir mal wie es läuft ich versuche auf jeden Fall mein Bestes um nochmal im letzten Rennen nochmal zu gewinnen und es ist halt gut dass jetzt alle roten vorne sind weil dann könnte auch alles von mir connecten und es hat irgendjemand was getroffen ich habe irgendwas gesehen aber irgendwie hat das keine großen Auswirkungen gehabt oh nice da hat tatsächlich ein Dings jetzt gerade connected ja und ein scheiß Bowser Panzer natürlich und da vorne fährt Kirby beziehungsweise Heidi ja ich habe leider hier Abweiritems zerstört scheiße da sehe ich jetzt gerade gerne irgendwas hätte um einfach nur abzuballern und das habe ich jetzt auch gekriegt anscheinend sehr schön irgendwas ist hinter mir irgendein Stern aber es juckt mich nicht muss eigentlich nur unser Yoshi nach vorne kommen ich bin soweit erster das ist schon mal gut der andere von mir ist zweiter ich schicke einfach mal meinen grünen Panzer nach hinten und ich mache den ersten noch fertig auf jeden Fall und Yoshi sieht auch gut aus mit dem vierten das könnte klappen guck mal ob wir den Sieg davon ja wir haben den Sieg davon getragen sehr schön das war es mit Mario Kart Tour ich bedanke mich fürs zuschauen und hoffe wir sehen uns morgen zu Mario Kart 8 nochmal wieder bis dahin und schau von meiner Seite aus